No Game Without Terrain Ja dann sage ich natürlich an dieser Stelle einen wunderschönen guten Tag, willkommen alle 40k Athleten, die uns hier gerne zuhören. Hier ist wieder euer Lieblingspharao von den Kings of the Hill Ramses und ich bin hier heute gemeinsam am Start mit einem guten Kumpel des Channels, dem Chessy. Moin Chessy. Moin Moin zusammen. Ja wir haben uns hier spontan zusammengefunden, weil wir mal, ja wir sind natürlich alle heiß auf die neue Edition, was geht ab, wenn überhaupt was abgeht und haben uns überlegt, okay wo können wir hier ein bisschen Content für euch ausarbeiten. Und wir haben einen guten Anlass dafür, denn der Dominik Pittsburgh, den vielleicht auch einige von euch können, als auch ich waren letztes Jahr auf einem Invitational, äh letztes Jahr, letztes Wochenende, am 1. und 2. August jeweils auf einem Invitational der Amsterdam Battle Brothers. Und wem diese Leute nicht geläufig sind, das ist unter anderem unter der Führung des lieben Nino Co. Und zwar der hat glaube ich in Bremen den Best General gemacht beim, ähm, wie ist das Turnier noch gleich, beim Hanseatic Alliance, äh, wenn ich mich nicht recht, äh, wenn ich mich recht entsinne. Ja und da haben sie 14 Leute eingeladen jeweils, ähm, die aus ihren engeren Kreisen da kommen, wollten da ein relativ gutes Niveau auch haben, was uns natürlich gefreut hat, weil da waren auch einige ETC-Spieler dabei aus dem Holland- und Belgien-Teams. Und da haben sie jeweils ein Eintagesturnier mit drei Spielen am Samstag und am Sonntag veranstaltet. Ging ganz normal, ging um 9 Uhr los, ging drei Runden, auch A3 Stunden. Und ja, haben halt am ersten Tag die Mission 1 bis 3 gespielt und am zweiten Tag die Mission 4 bis 6. Und so hatte man da auch die Chance, zwei verschiedene Listen mitzubringen und zu testen, das war ganz cool. Und ja, ich, äh, würde jetzt einfach, also was ich im Nachhinein oder was ich noch, oder vielleicht fange ich damit jetzt an, ich blende euch auch dann gleich oder im Nachhinein nochmal Bilder dazu ein, wie das Gelände aussah. Die hatten halt auf jedem Tisch das gleiche Gelände, das war eine Art MDF-Form, jetzt nicht das von Alliance Open, ich weiß gar nicht von welchem Hersteller, aber, ähm, ja, und das haben sie, das war aber gut spielbar, da waren zwei L's in der Mitte und, äh, auch genug Ruinen, um, um halt zumindest kleinere Eidheiten auch verstecken zu können. Und dieses Gelände wurde aber, war fix und wurde für jede Mission auch neu angeordnet, weil man ja auch verschiedene Aufstellungstypen hat. Und so war das dann doch ganz interessant, ähm, ja, da verschiedene Konzepte zu spielen. Hat es denn der TO gemacht oder mussten es die Spieler machen? Gab es irgendwie eine Vorlage? Das ist ja auch so eine Frage, die jetzt, äh, viele TOs haben im Moment. Äh, wie wir das mit dem Gelände machen, weil die Aufstellungszonen natürlich schon deutlich unterschiedlich sind, auch wenn sie zum Teil einfacher sind, aber wir haben deutlich mehr, ähm, ja genau, wir haben, wie haben die das denn da geregelt? Also es haben tatsächlich die TO gemacht. Also man konnte auch, also ich, im Vorfeld wurden da viele Dateien geteilt, wo das auch drauf stand, dann konnte man das quasi auch selber machen, aber da es ja eine überschaubare Anzahl an Spielern war, hat man die dann an den Tisch gerufen und dann haben das der Frank und der Dino haben das dann klar gemacht. Okay, ja, dann muss man sich, denke ich mir, auch mal was für größere Turniere dann ausdenken, wie man das am besten macht, weil, wie viele Leute wart ihr jetzt da? Nur 14 Leute. Ja gut, mit sieben Tischen geht das, ne? Ja, das ging, genau, und man muss sagen, am ersten Tag war das halt super easy, weil halt Dino und Frank selbst nicht gespielt haben, am zweiten Tag hatten wir zwei Drop-Aus, das heißt, da waren nur zwölf Leute und dann sind die eingesprungen und dadurch war das doch dann ein bisschen anders, weil dann sind sie natürlich nicht ganz so verfügbar, aber auch das hat man dann hinbekommen. Ja, alles klar. Gut, dann die Frage, mit was bist du dann aufgelaufen? Ja, Dominic und ich haben uns im Vorfeld so ein bisschen abgesprochen, weil wir spielen ja zum Beispiel auch beide Sisters und so, aber wollten nicht, also wollten, dass jeder immer eine andere Armee spielt und wir haben auch so gedacht, okay, am ersten Tag kommen wir mit unserem A-Team quasi. Da habe ich gespielt, Ultramarines hatte ich mir ausgedacht, habe ich mir stark vorgestellt und zwar, die Liste blenden wir jetzt auch gleich hier ein und ja, es war im Grunde genommen ein Battalion und natürlich das Super Command Detachment. In dem Battalion hatte ich den Captain, der Mortal Wounds mit dem Vengeance of Ultra Relict macht, das war so die Idee, einfach ein günstiger Charakter mit Techmarine, der halt das Steel of Oath trägt, um eine Einheit vom Gegner quasi eliminieren zu können. Ja, und dann wollte ich so ein bisschen Board Presence haben und schnell auf die Marker gehen können und dafür habe ich zweimal Sniper Scouts genommen und einmal Normal Scouts. Und dazu noch zwei Invictors, Invictor Warsuits, einen Relic, nee, zwei Relic-Werlin-Skorpiusse. Klassik. Genau, das ist aber auch so eine Frage, das war da jetzt noch so, ich glaube, die rutschen bei Zeiten in Heavy Support, kann das sein? Ja, das wird ja gemunkelt, also in der App sind die ja drin, aber die App ist halt, sagen wir mal, nicht die beste und extrem buggy, also dass dann da die Frage was rauskommt, da müssen wir nicht Forgeworld-Releases abwarten. Ah, okay. Aber eine Frage noch, wie hast du deine Invictor ausgerüstet? Die habe ich mit den Autokanonen genommen. Okay. Weil, ja, ich finde das Profil insgesamt besser und die haben ja nicht mehr diesen Malus mit, ja, Bewegen und Minus 1 erhöht. Deswegen finde ich das Profil dann ganz gut. Wird sich auch nochmal herausstellen im Laufe dieser Konversation, warum das auch vielleicht ganz gut war in manchen Spielen. Dann im Heavy Support hatte ich noch einen Eliminator-Squad genommen. Da war ich so am überlegen, ob ich den nehme oder ob ich einen Devastor-Squad noch im Nachhinein nehme. Ich habe mich für die Eliminators entschieden, weil die halt sechs Lesepunkte haben und man die halt gut in Deckung stellen kann und die auch dann auf den Marker schnell gehen können. Die haben wir dann den Relic Leviathan freigeschaltet mit der Doppelkniffte. Da haben wir dann doch noch reingepackt, auch wenn er teurer geworden ist. Ja, also der auf jeden Fall. Und dann halt wird das abgerundet von dem Commander himself, Urubu T. Gilliman. Ja, der Big Daddy ist mit am Start. Genau, der Big Daddy war auf jeden Fall am Start. Das war so die Liste. Vielleicht generelles Konzept so dazu, warum diese Liste. Ich hatte mir halt wirklich so gedacht, verschiedene Push- und Pull-Elemente drin zu haben. Also auf der einen Seite quasi Elemente, die direkt nach vorne gehen, für den Fall, dass ich anfange und die den Gegner beschäftigen. Und halt genügend Einheiten auch zu haben, die gegebenenfalls auf die Marker direkt gehen oder da sind ab Runde zwei. Aber auch Elemente hinten zu haben, die halt feuern und die Gegner bedrohen und ihn auch irgendwo zwingen, zu mir zu kommen. Und dann kommt quasi auf diesen Anvil kommt dann der Hammer mit Gilliman, der mit einer Art Bodyguard in Form eines Relic Leviathan Dreadnoughts quasi die Mitte dominieren. Kann oder sollte. Das ist dann auch die Frage, also die erste Frage, die ich mir stelle bei der Liste ist, warum hast du da die Sniper-Scouts mit dabei? Also klar, du kannst ja redeployen und dann stehen die da und dann kriegen sie auch keinen Abzug in der ersten Runde. Aber sie sind trotzdem relativ teuer, halten nicht so viel aus. Und sobald du dich bewegst, kriegst du halt den Malus. Also die Sniper-Scouts sind so entstanden, dass ich halt am Ende irgendwie noch Punkte so ein bisschen übrig hatte und die kosten halt zehn Punkte mehr als ein normaler Scout-Squad. Und dann dachte ich mir, die bringen durch die Sniper-Gewehre noch einmal ein bisschen Value für mich, da ich, dass es halt Sniper sind und den Gegner quasi psychologisch noch ein bisschen, weil er immer denkt, meine, sag ich mal, leicht oder mit wenig Wunden behafteten Charaktere muss ich dann vielleicht ein bisschen vorsichtiger spielen, solange die noch am Leben sind. Das war so ein bisschen die Idee dahinter. Ob das jetzt der Supermaster-Plan war, sei mal so dahingestellt. Und wie sind die Scorpios ausgefallen in deinen Spielen? Weil normalerweise kennt man die ja immer nur in den Fist-Detachment mit dem ganzen Reroll. Du willst ja Gehlyman nach vorne schieben. Hast du die denn mitgezogen, damit du in der Reroll-Bubble bleibst? Oder wie hast du das gespielt? Also, ja, wir können ja einfach mal die drei Spiele durchgehen, wie die passiert sind. Und dann wird so ein bisschen klar, wie das Konzept sich, sag ich mal, ausgegangen ist oder nicht. Im ersten Spiel habe ich gegen den Bari aus Rotterdam gespielt. Das ist ein Death Guard-Spieler. Der hat im Grunde genommen, ich habe die Liste, verzeiht es uns, Leute, die habe ich jetzt, glaube ich, nicht mehr am Start hier. Der hat aber, im Groben hat der gespielt, Mortarion. Der hat Pox-Mongas gespielt, wenn ich mich nicht täusche. Also, alle Demon-Engines haben plus einen auf dem Retter. Dann hat er drei Plague-Burr-Scrawler gespielt, zweimal Floated Drones. Dann hat er einen Demon-Prince dabei. Der hat ihm, glaube ich, auch eine Aura gegeben. Dann hat er 105 Punkte freigelassen für den Epidemus. Dann, um den zu beschwören, dann hat er einen Sorcerer, einen Warpsmith. Und die waren halt, zusammen mit anderen 5 Chaos-Based-Prints, waren die im Alpha-Legion Detachment, um halt diese Stratidums freizustellen. Das war, glaube ich, so im Grunde genommen sein Konzept. Und ja, wie das dann war, wir haben, glaube ich, das war, die erste Mission müsste sein, ich glaube, das ist die Retrieval Mission, ich glaube, das ist dann Hammerschlag quasi, 18 Zoll Aufstellung, relativ tief für die neue Größe. Ja, haben wir aufgestellt. Und ich habe es halt im Grunde genommen so gestellt, dass er echt Mortarien nach vorne gestellt hat. Das hätte ich an seiner Stelle nicht gemacht. Weil er hatte jetzt Warptime nicht drin, aber hat das durch diese Strata-Gem halt sich reingeholt. Und ja, hat aber Mortarien vorne press-on gestellt. Und damit er in jedem Fall in meine Zone gekommen, sollte er anfangen. Und ich habe halt den Levi-Press-angestellt, Gilliman in sechs Zoll entfernt und zwei Invictors noch davor. Und das habe ich so, das habe ich gemacht, weil halt die Ultramins haben ja dieses geile Redeplay-Strata-Gem, das kannst du ja einmal oder mehrmals benutzen. Aber ich wollte halt nicht mehr als zwei CP ausgeben, dass ich halt die drei, wenn ich nicht anfangen sollte, umstellen kann. Und dann waren halt die Scorpius in der Ecke hinter einer Ruine und die Scouts und auch der Käpt'n etc. waren auf den Flanken verteilt, sodass sie auf die anderen Objectives gehen konnten. Hast du ihn dann reingebaitet quasi? Ja, so ein bisschen genau. Weil bei so einer Liste habe ich auch gedacht, da habe ich erst das Ganze in Anführungsstrichen Knüdelwasser deployed, um halt zu gucken, wann und wo stellt der Mortarien hin, weil er insgesamt, glaube ich, weniger Einheiten als ich hatte oder weniger Drops. Ja, ist ja auch immer so ein großer Diskussionspunkt momentan. Viele feiern jetzt das, was ITC eingeführt hatte, mit dem alles auf einmal deployen und abwechselnd. Aber genau, das jetzt mit dem Abwechseln hat natürlich dann auch wieder eine andere taktische Tiefe, wo du den Gegner halt wieder ausspielen kannst. Ja, ja, genau. Also das ist, ja, ich bin da noch gar nicht so entschlossen. Ich bleibe da einfach offen und spiele das einfach, weil, ja, es bleibt uns hier erst mal nichts anderes übrig. Ja, also meine Erfahrungen halt, wo ich dann deinen Gegenspieler oder Mitspieler nachvollziehen kann, was ich halt auch gemacht habe. Du kannst natürlich jetzt einen Morty aus Sicherheitsgründen irgendwie für die drei CP in die Reserve packen, aber dann geht dann natürlich eine deiner Keyunits und fasst ein Viertel deiner Armee einfach eine Runde lang quasi ins Nirvana und nirgendwo hin. Und je nachdem, wie gut du dann auch noch upscreenen kannst, kannst du in der nächsten Runde auch nur schlecht platzieren. Und da kommt er auch wieder nicht in den Nahkampf und kann relativ wenig machen. Da kann ich da schon das nachvollziehen, dass du dir halt irgendwie schon aufstellen willst, auch wenn du nicht weißt, dass du anfängst. Denn wenn er anfängt, dann mit Warp Time, wenn es durchkommt, ist er dann halt auch Runde 1 bei dir. Genau, genau. Okay. Ja, genau. Und dann, ja, vielleicht nochmal da, was habe ich, glaube ich, an Secondary Star gepickt? In der Mission habe ich, glaube ich, ich habe auf jeden Fall Race the Banners genommen. Das war so Medium. Ich habe leider nicht Bring It Down genommen, weil mir diese ganzen Fahrzeuge waren mir zu suspekt mit dem Fiat Retter. Hätte ich jetzt im Hinz, also rückblickend, hätte ich das nehmen sollen. Was habe ich denn dann noch als Secondaries genommen? Ich glaube, Charaktere töten, Assassinate habe ich genommen. Und, ja, genau. In jedem Fall habe ich dann angefangen. Und dann war eigentlich für mich relativ klar, okay, der Mortarion wird jetzt gehen. Dann habe ich natürlich alles auf den geschossen. Und der ist dann auch gestorben, relativ schnell. Ja, klar. Und, ja, dafür war auch quasi dieses Seal of Oath da. Aber das hat die Scorpios halt total ausrasten, doppelt schießen, vorausgesetzt die Common Range. Und der Gegner hat eine Einheit, auf die sich das halt auch, sage ich mal, lohnt. Da ist so ein Mortarion, da ist so ein Magnus oder ein Knight oder sowas sind da halt ein prädestiniertes Ziel für. Ja. Also hast du dann logischerweise das Seal of Oath auf Morty gesetzt. Genau, habe ich auf Morty gesetzt. Und dann ist das eigentlich im Grunde genommen, bin ich nach vorne, habe sofort die Banners geraced auf drei Markern. Und, ja, bin dann quasi so, nachdem Morty gegangen ist, haben wir uns dann in der Mitte auf der einen Flanke getroffen. Und, ja, dann gab es so ein bisschen Schlagabtausch. Gilliman hat ein Auto im Nahkampf getötet und so weiter und so fort. Dann dachte ich eigentlich, das Spiel ist schon gelaufen, für mich. Mhm. Im positiven Sinne. Bis er dann den Invictor neben Gilliman gesprengt hat, weil er die Folge noch irgendwie eins, ein, drei Leben gezogen. Genau, und dann kam, natürlich, wie es kommen musste, der Invictor ist explodiert. Ja, und leg die sechs. Und ich leg die sechs. Und das Krasse war, genau, es wird ja auch gestritten, ob man das wiederholen darf oder nicht. Ja. Ich bin jetzt mehr auf der, man darf sogar auch den Damage-Wurf nicht mehr wiederholen. Ja, bin ich bei dir. Aber da wurde es gerult, ich durfte es wiederholen, leg aber noch eine sechs. Ja, okay. Feels bad. Dann war Gilliman tot und dann ist er auch nicht wiedergekommen auf die vier plus. Das war schade. Mhm. Weil ich dachte, okay, auf der Seite waren dann irgendwie so, er hat sich halt ziemlich in der Mitte dann geknubbelt. Und dann dachte ich, okay, da hat er irgendwie zwei Plague-Best-Crawler gehabt. Auch wenn die vier Retter haben, Gilliman macht die halt in ein, zwei Runden schon tot. Naja, und dann, dadurch wurde es dann doch nochmal wieder ein Spiel, weil dann sind seine Drohnen, ist er mit den Drohnen nach vorne gegangen. Hat dann da quasi so ein bisschen Kontrolle gehabt. Die waren halt extrem, ich habe dann halt mit meinen ganzen Kanonen immer auf seine Sachen geschossen. War natürlich nur halbwegs spaßig, weil es immer vier Retter ist. Ich verwunde immer auf die fünf nur. Ich habe halt meinen quasi, meinen Chapter-Master-Lieutenant Gilliman nicht mehr dabei. Das war dann schon sehr nervig. Und ja, aber ich muss sagen, dann hat am Ende der andere Captain noch ein bisschen ausgeholfen, weil diese Mortal Wounds sind schon ganz gut mit den ganzen Rewards und so. Und habe ihn dann halt seine Fahrzeuge nach und nach rausgenommen. Und hat es dann sogar so weit, da hat man auch gemerkt, dass er dann in der Runde vier oder in der Runde fünf, war das glaube ich, nur fünf Punkte gemacht hat auf den Primaries mit dem Marker-Game. Das habe ich dann halt einmal noch geschafft. Das war dann quasi so nochmal der Neckbreaker, dass ich das Spiel dann relativ knapp gewonnen habe. Ich weiß gar nicht mehr wie viel, aber das war auf jeden Fall nicht irgendwie so ein richtig krasser Sieg, sondern einfach nur ein eher knapperer Sieg. Ja. Ja, also erst der Gedanke ist irgendwie, Nörgling hat er nicht dabei gehabt, ne? Weil das ist ja jetzt so die Go-To-Einheit eigentlich, wenn du Chaos spielst. Ja. Okay, dann die nächste Frage für mich wäre, ihr habt ja quasi turnelmäßig gespielt. Wie hat denn die Orga jetzt das Pairing gemacht? Oder habt ihr Sun gespielt? Oder nach welchem System habt ihr gespielt? Die haben, glaube ich, nach Sun gespielt. Okay. Also man hat am Anfang einen Random-Player bekommen und danach, ja, gab es dann quasi, ja, dann wurde halt so gepaart. Und dann quasi als Tiebreaker die Punkte, die man im Spiel gemacht hat. Ja, genau. Das war dann so der Tiebreaker, ganz genau. Genau, man muss ja jetzt auch noch gucken, was man jetzt für ein Regelformat für die Turniere findet. Mhm. Okay, dein Resümee dann für das Spiel. Was für eine Einheit hat dich dann direkt als erstes überzeugt? Das war jetzt auch dein erstes richtiges Turnierspiel so in der Neuen. Ganz kurz, ich bin mir nicht sicher, ob sie Sun gespielt haben oder ob es Punkte waren. Okay. Also es kann doch sein, dass sie nach Punkten gegangen sind, wer wie viele Punkte gemacht hat und dann gegeneinander spielt. Aber ich glaube, das ist an dieser Stelle nicht so wichtig, aber eins von beiden wird es gewesen sein. Sorry, jetzt zurück zu einer Frage. Also genau. Ja, was war denn so dein erstes Resümee nach deinem ersten Turnierspiel quasi, der neunten Edition mit der Liste? Was sagst du, war gut, was hat schlecht performt? War es deine Erwartungen entsprechend? Ja, also mein erstes Resümee war natürlich geil. Ich habe angefangen. Ja, okay. Dann habe ich aber auch rückblickend gedacht. Deswegen habe ich aber auch Ultramarines gewählt, weil man jetzt ja auch oft damit rechnen muss, dass man nicht anfängt. Und mit Ultramarines kannst du dann wirklich sagen, okay, weißt du was, ich gebe nicht nur das Strategy einmal aus, sondern zweimal. Und dann redeploy ich jetzt sechs Einheiten. Und da habe ich dann auch gedacht, okay, wenn er halt anfängt, dann redeploy ich so, dass Morty selbst mit einem Charge, oder einem Zwölfer Charge, würde ich ihm vielleicht geben oder so, dass er dann nirgendwo rankommt. Und dann ist es halt eigentlich im Grunde genommen das Gleiche, zum Teil sogar fast noch besser, weil er muss Morty dann nach vorne schicken, dann wird Morty rasiert und dann kann ich auf den Rest von seinem Movement reagieren. Das geht aber auch nur in diesem Szenario mit der Death Guard, weil die selber jetzt nicht so krass schießt und weil er auch nicht so viele Einheiten hat, sage ich. Ja, weil sie ja auch super langsam ist. Ja, genau. Dann mein zweites Fazit war nach dem ersten Spiel schon, Scouts sind halt super squishy, also die sind halt einfach so sehr, sehr schnell tot. Die haben halt, selbst wenn sie eine Dreierrüstung haben, da macht Minus Eins schon einen großen Unterschied. Und ja, die würde ich wahrscheinlich so nicht nochmal spielen. Würdest du sie dann auch über den Rubicon schicken? Ja, das auf jeden Fall. Und ich würde überlegen, und ich habe mich schon gefragt, brauche ich zwei Scorpiusse? Das habe ich mich auch gefragt. Okay. Ja, das ist einmal die Frage, ne? Also einer, wenn du auch gegen Gegnerische Atelier spielst, der kann dann doch schon relativ schnell mal rausgenommen werden, dann bist du ihn halt sofort los, ne? Mhm, das stimmt. Okay. Also interessant. Du hast jetzt auch nur einen Detachment gespielt, also beziehungsweise der zweite, wo Gillyman reinkommt, aber das kostet dich ja keine CP. Genau. Und Gillyman gibt er selbst nochmal, das heißt, man startet direkt mit 15 CP. Das ist schon knusprig, ne? Ja, das ist echt knusprig. Ja, dann ist dir ja auch relativ egal, dass du zweimal redeployen musst oder so. Genau, das ist halt so, genau, das ist auch nochmal so ein Faktor. Okay. Wie in dem ersten Spiel jetzt hat sich die Chapter-Tactik von den Ultramarines ausgezahlt, weil das munkelt man ja auch so, ne? Dass zurückfallen und schießen ganz sinnvoll ist? Also, wäre schon geil, aber es kam gar nicht zum Tragen, so, ne? Weil, ja, wie gesagt, der eine, Viktor, war relativ schnell tot. Da würde ich halt sagen, da könnte sich das mal lohnen. Bei dem Gillyman vielleicht, der war aber auch leider relativ schnell tot. Ja, aber ansonsten, nö. Also, da in dem Spiel war es nicht relevant, aber ich bin generell aber trotzdem im Hinterkopf und man weiß, okay, ich bin hier in Anführungsstrichen ununtouchable, so, ne? Ja. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir zum zweiten Spiel. Gegen was durftest du dann ran? Dann durfte ich gegen meine alte Liebe, also Ironhands, ran. Der hatte im Grunde genommen Doppel-Levy. Mhm. Muss mich kurz überlegen. Hatte der Ironhands das Hauptchapter? Ich glaube, ja. Ich glaube, der hatte keinen Successor. Also, ich glaube, der hatte Ironhands das Hauptchapter mit Doppel-Levy. Der hat dann halt den einen Super-Levy draus gemacht mit zwei Watertrades, mit 5 Warfiel No Pain und 6 Explodieren. Schon garstig. Und dann hatte der halt ein paar Intercessors, aber nicht diese Intercessors mit 5 Warfiel No Pain und so, sondern der hatte, glaube ich, einen Chapter-Master dabei, einen Lieutenant und den Master of the Forge, Tech Marine, glaube ich. Und dann hatte der dreimal die Thunderfire-Cannon-Verarme, das Rapier. Okay. Und genau, weil die kostet ja in Anführungsstrichen nur 95 Punkte, im Gegensatz zu den 190 oder so für die Thunderfire-Cannon. Ja. Und dann hatte der halt Intercessor-Trops, ich glaube, 5, 3 bis, zwischen 3 und 5, irgendwie so. Das finde ich auf jeden Fall interessant, äh, Rapier-Carrier zu sehen, gerade wenn es nicht Fists sind. Genau. Weil die malen, glaube ich, nur einen Schaden. Und die treffen halt schlechter, ne? Ja. Dafür hat er jetzt natürlich den Master of the Forge dann dabei, aber das ist auch ein harter Tags. Genau. Und dann hatte er 3, ähm, ja, das stimmt dir zu, und dann hatte er 3 in Viktor noch. Das fällt mir noch ein. Ja. Das, äh, macht dann natürlich sehr viel Druck, ne? Also wenn du die 3 in Viktor vor die Nase deployed bekommst und dann dazu noch die 2 Levys nach vorne stampfen. Genau, also jetzt kommt das Konzept nochmal komplett. Er hatte einen Captain mit Ironstone, Lieutenant, dreimal Intercessors mit den, ähm, welche Waffen hat er denen gegeben? Bolt Rifle, also die normalen, 3 Invictors, dann, äh, Rapier, weil er schaltet den Relic Leviathan frei und nochmal ein Rapier für noch ein, äh, Relic Leviathan. Also ne, ne, hat er noch ein Detachment eingekauft, so war das. Vielleicht noch ein Sparehead hat er eingekauft. Da war der Techmarine drin mit Doppel-Rapier und nochmal Relic Leviathan. So ist es jetzt. Und, genau, da, und so kann er halt in jede, für jede Runde Minus 1 Schaden auf den, auf beide Levys machen. Das war so seine Idee. Okay. Ja. Ja, macht Sinn. Gut, da haben wir dann Dawn of War gespielt, Deployment. Ich hab versucht, mich so gut wie es geht zu verstecken. Ich hab dummerweise eine Ecke vom, er hat angefangen, da kam dann die Rache, er hat angefangen. Mhm. Und ich hab eine Ecke vom Scorpius leider, äh, freigelassen. Und ja, dann ist er irgendwie mit den Invictoren durch die Mitte gegangen. Also ich hab mich so ein bisschen links mit, ähm, redeployed, mit Gunimandern und mit dem, mit meinem Levi. Da hatte ich so eine, eine, eine kleine Burg und rechts hatte ich so einen Invictor. Da waren die beiden Scorpiusse und so weiter und so fort. Und dann hat er den Hintern von dem Scorpius gesehen und konnte mit allen dreien Invictors auf den schießen. Und dann hat er halt in der ersten Runde so, ja, ist ja auch egal, aber er hat auf jeden Fall komischerweise mit den Invictors den Scorpius getötet, weil da halt so viel bei rumkam. Und, ja, und dann hat er noch irgendwie meinen Invictor gesehen. Den hat er auch noch getötet mit dem, komischerweise. Krass. Und, und dann ist mein Invictor explodiert. Ja, Standard anscheinend, okay. Und dann musste ich würfeln und dann habe ich wirklich für vier Einheiten, dann kam erst der Tecmarine mit Seal of Oath, da habe ich eine vier gewürfelt, war der tot. Dann kam mein Captain of Bike, da habe ich eine sechs gewürfelt, dann war der tot. Dann habe ich, ähm, fünf Scouts, da habe ich eine fünf gewürfelt und drei Indimentatoren habe ich eine sechs gewürfelt. Also hat er vier, hat er diese Flanke mit diesem Invictor komplett aufgewischt. Ja, feels bad, würde ich sagen. Ja, da muss ich auch sagen, also da habe ich mich, da war ich, das war lange wieder einer der Momente, wo ich echt kurz traurig war, da muss ich kurz durchatmen. Ja, und dann habe ich halt noch was probiert, links dann, war für mich dann schon ein sehr, sehr großer Abhil-Battle, sage ich mal. Ja, klar. Ja, dann war mein Turn und dann habe ich halt ein bisschen geschossen, aber nicht so, vielleicht, ich glaube, ein Intercessor-Tor rausgenommen, hier und da und dann wollte ich halt mit Gelliman sein Levi-Charge einen 10-Zoll-Charge, weil Gelliman kriegt ja plus eins auf dem Charge. Ja. Ja, und dann macht der Abwehrfeuer mit dem Levi ohne Support. Ich glaube, auf die vier auf jeden Fall und ich mache Transhuman an und er macht, er bringt aber auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, aber er bringt neun Wunden durch. Boah. Also es wirkte für mich auch so ein bisschen neben der Matte, aber egal, es waren dann neun Wunden und dann habe ich den Dreierretter und dann habe ich erst mal fünf Würfel genommen, dachte ich mir und gucke, weil ich habe mir schon ein paar Dreien zugetragen, habe ich aber fünf Zweien gelegt und dann war Gelliman schon tot. Oh boy. That feels bad. Und dann habe ich trotzdem den Charge gewürfelt, das wäre eine richtig saftige Zehn geworden. Naja, wie dem auch sei, dann war halt Gelliman tot und dann war auch klar, okay, hier wird es jetzt sehr, sehr schwer und dann hat er mich da tatsächlich 90 Zehn hat er Gillette gemacht, richtig, ne? Immerhin kriegst du die Zehn Punkte fürs Bemalen. Ja, aber also das ist halt, ja, das stimmt, aber generell sei an dieser Stelle schon gesagt, Leute, auch wenn, also das wäre jetzt vielleicht ein extremes Beispiel, das ist mir dann aber auch aufgefallen, hätte er vielleicht eine etwas schwächere Runde gehabt, also weißt du, was ich meine, wenn er jetzt ein bisschen weniger fecht, dann hätte ich halt noch zumindest die Chance gehabt, vielleicht 20, 30 Punkte zu machen. Ja, klar. Das Spiel zu gewinnen wäre schwierig gewesen, aber diese 10 Punkte schmeißen einen in der Gesamtwette und deswegen glaube ich auch, sind sie nach Punkten gegangen, halt voll zurück. Ja. So, ne? Es ist dann so, ja, dadurch habe ich dann in diesem Spiel wenig gepunktet und deswegen kämpft um jeden Punkt, den ihr bekommen könnt, auch wenn es nur Hold-Geschichten sind oder was auch immer, da kann ich nur empfehlen, das merkt man auch schon unabhängig vom Marker-Game in dieser Edition, Punkte sind halt einfach immens wichtig, versucht zu holen, was geht. Okay, also, ihr habt dann auch Scorched Earth gespielt, also ihr seid quasi einmal die gesamte Missionspalette durchgegangen, oder? Genau, genau. Aber da er mich schon in der ersten Runde gescorcht hat, war da nicht mehr viel. Ja, klar. Das ist dann vorbei. Okay, ja gut, aber ich meine, du hast dich halt auch jetzt zwei Runden lang selbst in Luft gejagt. Ja, genau, klar. Da muss ich mir nochmal einen besonderen Würfel mal irgendwie mal anbeten oder so. Ja, backen, da bin ich weg von, aber das war, ist da unglücklich vielleicht, aber passiert. Ja, ist halt so, aber da sieht man halt auch wieder, du kannst das Ding nicht mehr rerollen, in der achten hat es keinen Impact gehabt. Genau. Und jetzt feiern halt auch alle irgendwie Hellhounds für die Guard und so, oder auch die größeren Tanks einfach bei den Marines, sei es jetzt der Invictor oder sei es halt auch ein Repulsor, die gehen halt alle für W6 Mortals in die Luft. Ja, ich sag auch, auch egal, auch wenn du mir das in diesen zwei Spielen so passiert, das sag ich, ist das ist aber gut, weil so hat das jetzt eine Relevanz und da musst du auch ein bisschen drum rum planen, weil wenn du dann auch für die Mortal Wounds würfelst, da musst du dir wirklich überlegen, lass ich dann meinen Charakter oder die Einheit da stehen mit dem Wissen, dass sie vielleicht, ja, stirbt, ne? Ja, keine Frage. Aber vielleicht kann man dann auch ein bisschen drauf achten, wie man deployt, dass man jetzt halt nicht unbedingt seine Charaktermodelle alle in die 6 Zoll um den Invictor rumstellt. Oder, 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 ne? Ja, ja, vielleicht Fazit zu dem Spiel, ähm, erst mal, also das Turnier, würde ich sagen, hat ja insgesamt, ähm, durchschnittliches bis viel Gelände, also das war schon okay, aber da habe ich für meine Liste gemerkt, das ist schwierig, auch wenn man da zum Teil die Winkel gut nutzen konnte oder so, ähm, ja, auf Dawn of War, wenn du relativ viele Einheiten hast oder so, ist es schwierig, sich komplett zu verstecken und das sollte auch wahrscheinlich nicht so sein, ich denke, das ist okay. Und Ironhands Doppel Levi ist nach wie vor stark, würde ich sagen. Ja, das ist halt auch so meine erste Frage, ähm, die ich mir gestellt habe, als du gesagt hast, er spielt Doppel Levi. Ich meine, du hast auch einen Levi dabei. Wenn du natürlich das Midboard nehmen kannst und das Gelände entsprechend ist und kannst dann halt einfach auf alle Marker gucken, supergeil. Aber was ist, wenn da jetzt zwei, drei große Ruinen oder Lostblocker sind, die dann entsprechend Obscuring haben und du siehst halt quasi nichts und musst dann mit dem Levi halt irgendwie die ganze Zeit um ein Gebäude rumwatschen, und der Gegner läuft einfach mit. Also wie schätzt du das jetzt ein? Also man muss sagen, bei dem Turnier waren halt diese Elves, die waren mächtig und die waren auch zu. Also die Fenster waren auch alle zu. Das heißt, das ist halt wirklich ein richtiger Lostblocker. Natürlich kannst du jetzt, da wo du über die Base guckst, kannst diagonal rüber gucken, da kannst du ab und zu ein bisschen mit spielen. Aber selbst da reicht es ja schon, wenn du in die Ruine reingehst und dann siehst du, als derjenige, der in der Ruine steht, siehst du ja alles eigentlich. Genau. Und dadurch, bei der Liste, das ist schon, also ich fand die Liste gut von ihm, weil ob ich jetzt Bock habe, die zu spielen, das sei der hingestellt, weil ich jetzt so lange auch um viel Ironhands gespielt habe, muss ich gestehen. Aber der hat halt diese beiden Levis, die sind ja schon mal per se schon schwer zu knacken. Ja, die haben vier Retter, die haben einen 6er Phenopain, der eine hat einen 5er Phenopain und beide reduzieren Schaden um eins. Also musst du unheimlich viel aufwenden, um die zu knacken. Und die sind halt bei Dawn of War nochmal extra stark, weil die halt, das hat er auch so gemacht, er hat sie auf beide Flanken eingestellt und ist dann in seinem ersten Turn einfach mit denen advanced. Auch wenn die dann noch nicht schießen konnten, weil ich habe ihn halt ausgerangt. Und so war er aber schon an den Lost Block, also an diesen L's schon vorbei. Das heißt, ich konnte die L's für mich schon nicht mehr nutzen, hat er gut gemacht. Und in der Mitte waren die drei Invictor, sind da durchgewatscht. Und dann stehst du halt, als Gegner vor der Herausforderung, ja, kann ich jetzt wirklich zwei Levis ignorieren, Outranging ist nicht mehr und wenn ich mich jetzt um die Levis kümmere, dann habe ich aber gleich drei Invictor in meinem Gesicht. Ja. Ja, klar. Oder mache ich die Invictor und dann, oh, dann kommen aber noch, weißt du, und dann, also er hat das, ich fand die Liste schon stark, muss ich sagen. Jetzt dieses Konzept, zu viele relevante Ziele einem ins Gesicht zu werfen und du musst halt damit dealen. Ja. Und du kannst dann irgendwann halt nicht mehr. Aber ich finde auch allgemein, diese Bot-Konzepte, die jetzt immer mehr kommen bei den Marines, mal abgesehen davon, jetzt haben wir hauptsächlich über Levis gesprochen, aber es werden jetzt auch viele ja Rallye-Contemptor gespielt, mit Twin-Less-Cannon und einer Melee-Sache, die sind halt auch ziemlich böse. Da kannst du halt auch nicht einfach reinlaufen und die abbinden. Mal abgesehen davon, dass es jetzt früher halt easygoing war, aber du jetzt halt da auch mit einem Fahrzeug, also wenn dann der Rallye-Contemptor mit seiner Nahkampfgrade draufhaut, dann kann das halt auch böse nach hinten losgehen. Ja, auf jeden Fall. Man darf jetzt auch nicht vergessen, also wenn es ganz gut läuft, ich habe mir das mal so überlegt, kannst du sogar auch mit so einem Outrider-Squad in so einen Levy reingehen. Ja. Und wenn du dann Transhuman anmachst und er schießt im Nahkampf mit minus eins, ich weiß nicht, ob er die Statistik dann killt. Weißt du, was ich meine? Weil die haben doch recht viele Wunden. Du hast noch einen Fünfer-Rüster und er trifft erstmal nur auf die Dreien, wenn er keine Rewards hat und so weiter und so fort. Dann kannst du sie so vielleicht eine Runde aufhalten und dann vielleicht eine saftigere Einheit noch in den Nahkampf, bekommen die die dann auch umboxen oder so. Ja. Auf jeden Fall interessant. Du hast ja noch ein anderes Konzept, die du überlegt, können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen. Genau. Dein Resümee jetzt für den zweiten Spiel. Was sagst du da? Beste Einheit, schlechteste Einheit? Boah, also das ist für mich schwer zu sagen. Ja, war ja relativ schnell vorbei, ne? Genau, aber ich habe ja ein bisschen noch mit dem einen Scorpius da rumgeschossen und so. Das war okay. Okay, also da wird gut, da habe ich dann auch wieder rumgedacht, okay, wenn ich jetzt anfange, dann schieße ich viermal mit den Scorpiusen, dann nehme ich mit hoher Wahrscheinlichkeit zwei Intercessor-Trupps raus, vielleicht sogar noch mehr oder ich nehme zwei von seinen, ne mehr sogar, ich nehme alle seine drei Rapier raus und vielleicht noch was dazu. Dann hat er halt nur noch diese Handel, die da so rumlaufen und wenn die Scorpius überleben, könnte man sich dann auch um die kümmern, weil dann verliert er halt an Kontrolle mit der Liste. Ja. Ja, das habe ich so gedacht, aber dann dachte ich auch wieder, boah, ist eigentlich blöd, so zu denken, okay, wenn ich angefangen hätte, so, ne? Und ja, deswegen war mein Fazit einfach, seine Liste war meiner überliegen. Mhm. Okay. Ja, ich würde halt auch sagen, entsprechend seine Liste, wenn du ihm die Marines rausnimmst, dann hat er halt schon Probleme, die Primary zu spielen, weil seine Obstack-Einheiten sind weg und natürlich hat er dann Levis, die da stehen und halt auch vom Marker runterhämmern können, aber entsprechend muss er die Levis dann halt auch auf die Marker stellen, sonst hat er halt nicht viel außer die Charaktere, ne? Genau, und wenn dann Gulliman lebt und einmal da rankommt, der kann auch mit einem Levy dealen im Nahkampf. Ja. Das war eigentlich auch so der Gameplan, aber ja, da kamen so ein paar Ereignisse dazwischen. Das war, ja, das ist halt so passiert. Alles klar, okay. Zweites Spiel nicht so prickelnd gelaufen. Wie ging's dir jetzt weiter ins dritte? Drittes Spiel, habe ich gegen Alfonso gespielt. Der hat Astra gespielt, und zwar Katar-Chan. Der hat einmal ein Battalion gespielt, und zwar hatte er drei Tank-Commander. Die kannte ich vorher noch nicht, und zwar die mit der, also die hatten alle den Hunter-Killer-Messile, glaube ich, und den Turret-Mounted Demolisher-Siege Cannon. Garstiges Teil, irgendwie 24 Zoll, Stärke 10, glaube ich, minus 3 und W6 Schaden. Also ungewöhnliches Profil für Astra, und war echt stark. Ja. Dazu hat er gespielt ... Die machen jetzt auch D6-Schaden, ne? Das wurde echt gut, ja. Richtig krass, da dachte ich. Und dann hat er 1, 2, 3, 4 ... 4, ich glaube, 4 Guardsman-Trupps, und einmal Sions. Mhm. Und dann hatte er dabei einen Platoon-Commander, einen Platoon-Commander, Sergeant Harker, Armored Sentinels, 3-mal Mörser, 2-mal Manticoa, 4 Chimären. Also die Liste fand ich richtig, richtig geil, muss ich sagen, von ihm. Für Astra-Spieler so. Ich hatte die extrem viel Potenzial. Ich habe angefangen, muss man wiederum sagen, und ich habe halt auch wieder so deployed, ich habe halt diese 2 Invictor weit vorne, press on, dass er halt, dass er alle seine Chimären genommen hat, um zu screenen, damit sie nicht seine Zone bedrohen. Und ... Ja, und ich hatte natürlich extrem viel Respekt vor den beiden Manticoa, mit jeweils die beiden, die Full-Payload haben, über Tank-Ace, und dann 3 Flat-Damage machen, beziehungsweise mit der Hunter-Killer-Missile 6 Flat-Damage. Ja. Ja, und dadurch, dass ich, ja, dass ich halt angefangen habe, haben tatsächlich die, ich habe den einen Manticoa Seal of Oast, den hat er dann aber ganz weit in die Ecke getan, dass ich nicht rankam, hat er gut gemacht, und den zweiten, ja, konnte ich dann halt indirekt beschießen. Und dann haben tatsächlich, ich habe halt angefangen, und dann haben die beiden Invictoren halt den einen Manticoa rausgenommen. Oh, okay. Da war ja, ja, ich glaube, das kann passieren, muss aber nicht. Also, du meinst jetzt schon die Invictor, oder hast du dich versprochen, du meinst die Scorpios? Nee, die Invictors. Krass. Also, die haben ja halt, sind da zwölf Schuss reingegangen, alle auf die drei, und dann auf die vier verwunden, ne, mit minus zwei in der ersten Runde. Und die machen halt zwei Damage, also, und dann noch das ganze Graffel, ne, die ganzen, diese, Stubber hat er ja noch, und ein Heavy Bolter und so. müssen wir mal die Mathematik durchgehen, aber ich glaube, es kann passieren, aber es ist so ein Grenzfall, so 50-50, kann passieren, muss aber nicht. Ja, ist das auf jeden Fall hart. Genau. dass du ihn halt gesehen hast, ne. Ja, gut, aber das war ja der, der, den Tausch, den er gemacht hat. Er hat ihn in die Ecke gestellt, um außerhalb von Range zu sein, von den, ähm, von den Scorpiussen, aber dafür konnten halt die Invictoren auf ihn anlegen. Okay, und, äh, jetzt noch mal kurz so, ihr habt dann Vital Intelligence gespielt, ne? Genau. Okay, einmal das, und dann war ja noch meine Frage, äh, was für, hatte der Seitenkuppeln, oder was für eine Waffe hatte der im Rumpf bei den Tank Commandern mit drin? Laser, eine Laserkanone hatten die. Mhm. Okay. Und die, können die noch mehr haben? Ja, du kannst den auch Seitenkuppeln halt geben, ne? Also du kannst dir mal Heavy Bolter, Flamer, Multimelter, whatever, Plasma, kannst du mal alles geben. Nee, der hatte Augur Array, Hunter Killer Messiah, Last Cannon und diese Demolisher Siege Cannon. Mhm. Und auf den Armored Sentinel, was hatte der da dabei? Da hatte er Laserkanonen, oder nee, Flamer, glaube ich, Flamer, lass mich kurz gucken. Also der hat auch zwei Astropaten dabei gehabt, ne? Und also der hatte so eine kleine Elite-Sektion, auf den Kimian hatte er Heavy Flamer, auf den Kimian nur Multilaser und auf den Sentinels hatte er Heavy Flamer nur. Okay. Okay, okay, wie lief dann das Spiel weiter? Genau, dann habe ich natürlich mit den beiden anderen Scorpiusen auf den anderen Manticore geschossen, viermal. Mhm. Und dann war der auch tot. Okay. Aber das ist, glaube ich, realistischer als das andere Szenario. das auf jeden Fall. Weil die treffen alles, die machen minus drei und hat zwei Damage, so, ne? Ja. Genau, und dann, ja, mit den Invictoren bin ich dann in Nahkampf gegangen und habe dann, glaube ich, mit einem sogar Doppelzug gehauen. Ich habe eine, glaube ich, geöffnet, eine Chimäre und eine andere runtergeboxt. Das war so im Grunde genommen das. Und dann bin ich auf der anderen Flanke so ein bisschen rum, schon mal in Richtung Marker und hier und da. Mhm. Ja, er war dann natürlich ein bisschen down so und hat aber dann sich wieder gesammelt und hat halt richtig Gas gegeben. Wir haben halt, das war halt, insgesamt das Turnier waren halt viele gute Spieler da und das war halt richtig cool, wenn man über alles so spricht, was man so machen will und so. Das war da, also es war viel so mit, hier, ich habe jetzt das und das vor, siehst du das auch so und haben wir viel abgesprochen. Weil ich habe halt immer versucht, erst mal seine Tank-Commander die Sicht zu nehmen so ein bisschen oder die Reichweite eins von beiden. Das hat auch die ersten zwei Runden gut geklappt. Dann ist er aber halt so ausgeschwärmt, dann die Sentinels so in meine Richtung so ein bisschen mit den, mit den Chimären ist er ausgeschwärmt und mit den Tank-Commandern, mit dem einen ist er, glaube ich, advanced und dann näher zu kommen mit den anderen beiden die hat er so ein bisschen hinten gehalten. Ja, und dann hat sich das Spiel, ist das so ein bisschen einfach so nach vorne gegangen. Dann hat er sich so ein bisschen bewegt, hat ein bisschen was von mir abgeschossen. Ich glaube mal einen Scout-Trupp hier und da, die ich in die Mitte getan habe. Und dann war meine zweite Runde, da bin ich dann mit Gilliman durch die Mitte geprescht, war dann halt vorne, um da Druck aufzubauen. Ach so, eine Mission, die ich immer genommen hatte, ist auch Why We Stand We Fight. Also da, ich finde, in dieser Edition kann man danach auch gut bauen. Denn bei mir, in diesem Fall waren das halt Gilliman, der Levi und ein Scorpius. Und der Scorpius, der überlebt halt meistens immer. Der Levi eigentlich auch. Und je nachdem, wie es für Gilliman lief oder läuft, kann er das halt auch schaffen. Und das sind dann schon 15 Punkte auf den Primaries fast safe. Sagen wir 10, aber gegebenenfalls sogar 15, das ist halt extrem mächtig. Ja, gerade auch durch das Outflanken kannst du halt gegebenenfalls da auch noch zumindest zwei, drei Runden dich schützen. Ja, auf jeden Fall. Ja, im Grunde genommen ist es dann aber so gelaufen, dass ich halt durch die Mitte gegangen bin mit Gilliman, den Levi so ein bisschen hinten gehalten habe. Der hat halt, ich glaube, noch eine Chimäre auf der rechten Flanke rausgeschossen. Ja, und dann bei Vital Intelligence hast du ja dann da die Marker so diagonal so ein bisschen liegen versetzt. so mittig alles, ja. Genau. Und ja, ich habe halt immer dafür gesorgt, weil ich wusste, dass er da viel machen will mit seinen ganzen Troops. Seine Liste war wie eine Zwiebel. Du machst einen Layer weg, dann kommt der Nächste, dann kommt der Nächste, dann kommt der Nächste. Du kriegst die Chimäre, dann kommen die Guardsmen raus, die sind halt extrem schnell mit den Befehlen. Das war mir alles klar, aber das, ja, hat echt lange, lange, sage ich mal, angehalten. Dann haben wir halt um die Eckmarker sozusagen gekämpft. Da hat sich das Spiel so ein bisschen entschieden. Links war dann einmal echt richtig, war ein Fail von mir. Da habe ich nämlich eine neue Regel vergessen, dass sie jetzt neu ist, und zwar wegen der Coherency. Da hatte ich diesen, Mortal-Wound-Biker-Typen und er hatte da so einen normalen Garzman-Trupp und ich hatte fünf Scouts ihn noch zur Seite gestellt. Und er hat dann drei von den Scouts irgendwie getötet und dann konnte er auf einmal ja schon auf den Käpt'n schießen. Ich dachte, er muss, weil das noch Troops sind und so, er muss die komplett löschen. Aber es reichen nur bei drei Modelle oder mehr und das hat er dann halt geschafft. Und er hat halt mit einem Demolisher auf den Käpt'n geschossen und dann war der halt tot. Und Schiss. Genau, weil der war eigentlich so wieder auch mein Late-Game-Winner. Da dachte ich so, der geht dann nicht nach vorne wieder, geht da sogar zurück und dann schießt er mit Mortal-Wounds so die kleinen Trupps raus und so weiter und so fort. Aber das hat er da gut gemacht und hat dann die Seite kontrolliert und ja, mit den Sentinels dann auf das quasi Objective, das mehr mittig war, sich gesetzt. Die sind halt auch relativ hart zu knacken mit diesem Stratagem, dass du dann eine Runde weniger machst. Ja, damit schalbieren, ja. Und da gucken halt dann die Scorpius in die Röhre, weil die dann genau sagen, okay. Ja, und dann hat sich das so ein bisschen gekabbelt, dann hat er auch Gillyman getötet und war halt mit einem Squad noch hier rechts oben an dem Marker, wo auch der Levi noch war mit einem weiteren Eliminatoren-Trupp und so und dachte, er hat ihn safe und dann hat er Gillyman getötet und dann habe ich aber noch mal Fight and Death und dann hat Gillyman noch mal eine volle Ladung abgeschossen. Damit hat er nicht gerechnet und damit habe ich noch mal sechs Guardsmen irgendwie rausgenommen und hatte ich mehr Marker und ja, so ist das Spiel am Ende des Tages auch ausgegangen. Ich habe das Spiel richtig knapp nur gewonnen mit 75 zu 70 oder so oder 71, irgendwie so eine krumme Zahl war das. Okay, krass. Und das Fazit da bleibt ist auch da wiederum, was ist, wenn ich nicht angefangen hätte. Also da hätte ich, glaube ich, alt ausgesehen, muss ich sagen, weil dann legen die Manticoreen los, die nehmen direkt einen Scorpius raus, denke ich. Ja, und also das war das erste Fazit. Das zweite Fazit ist, Scorpius ohne Support sind nicht so gut, wenn sie keine Rewards haben und natürlich auf höher wehrstandsfähige Targets schießen müssen und so und diese dann auch nur drei W3 Schuss machen. Also wenn sie auch alleine auf einen normalen Squat schießen, ist es geil, weil dann machen sie halt neun Schuss flat. Aber sobald es nur fünf sind oder weniger, dann ist wiederum, dann kannst du halt auch drei Eins legen, schießt du nur dreimal, musst noch treffen auf die drei, weißt du Wunden auf die zwei, kannst noch eine Eins legen, dann verlieren die extrem an Effizienz. Ja. Ich habe vor allem jetzt auch gegen Astras jetzt halt eher so mehr, aber die sind halt schon mit Stärke sechs und minus zwei und zwei flat Schaden machen die halt schon Spaß gegen gerade Primaris Marines und so. Ja, auf jeden Fall. Genau. Ich würde einfach an dieser Stelle echt sagen, also an alle Astraspiele da draußen, auch wenn jetzt vom Power Level vielleicht, ja, Astras erstmal nicht unter den Top 3 ist, für die Mission, wie es jetzt in der aktuellen Erneuten ist und was ich so gesehen habe und so haben die echt alle Möglichkeiten. Ja, auf jeden Fall. Ich bin jetzt auch mal gespannt, ich bin ja am Wochenende auch auf dem Turnier mit Astra, wie es da so läuft. Ich habe jetzt mehrere Spiele reinbekommen, habe einmal von Imperial Fists ziemlich auf den Sack bekommen, aber das ist auch die harte Anti-Liste zu meiner, weil ich auch viele Schimären spiele und da habe ich einmal jetzt noch vom guten Major mit seinen Orks auf die Fresse gekriegt, wobei der mit seinen Scrapjets auch einfach quasi in Runde 1 alle meine Schimären aufmachen kann, wenn er das möchte. Ja, auf jeden Fall. Also da ist halt wirklich so, ich habe das Gefühl mit diesen Schimären und mit den Gardsmen, da muss man, das kann man auch nicht irgendwie mit Mathematik oder so machen, da muss man einfach mal testen im Spiel, was ist, Entschuldigung, was ist die richtige Dosis, was ist die richtige Anzahl an Gardsmen und Chimären? Sind es drei, sind es vier, sind es fünf, vielleicht sogar sechs, wer weiß das schon, aber da muss man halt mal gucken, weil ja, das Spiel ist schneller und man muss halt gucken, wie kann man bis Runde 4 quasi, Anfang Runde 4, das beste Ergebnis erzielen auf den Primaries. Das ist halt auch dann noch die Frage, es gibt noch kein richtiges Meta, was sind jetzt die Gatekeeper? Ich denke Knights werden auch weiterhin die Gatekeeper sein erstmal, wie es Anfang der letzten Edition auch war. Wir werden wahrscheinlich die großen Dämonen sehen als Gatekeeper, also irgendwie das alles, muss man ja mit einplanen, dass man irgendwie damit dealen kann. Die andere Frage, die ich jetzt noch habe, weißt du oder hast du gesehen, wie es bei den anderen Tischen so ablief, was für Listen da sonst noch dabei waren, was hat Dom beispielsweise gespielt oder gegen wen hat er gespielt, habt ihr euch wahrscheinlich auch unterhalten, kannst du das vielleicht kurz zusammenfassen? Oh ja, ich ärgere mich jetzt echt, dass ich das Pairing nicht mehr habe, ne, alles. Also Dominik ist ja mit Admech gekommen, am ersten Tag und was hat er eingepackt? Lass uns mal gucken. Er hat auf jeden Fall Mars gespielt mit Belsarius Call, dann hat er einen Techpriest Manipulus gespielt, der halt mit den ganzen Waller Trades etc. Dann ist er auch den Breachern stehen geblieben, zweimal fünf mit Arc Claw und Heavy Arc Rifle, zwei oder zwei, sehe ich das richtig, zwei Skittery oder Ranger Trupps, dann Fulgeride Electro Priests, sind das die mit den, genau mit den Stäben, dann einmal Cervery Riders mit, ja, ganz normal, dann dreimal den Desintegrator natürlich mit der Belarus Energy Cannon und dem indirekten Feuer und er hat sich für den zwei Flieger entschieden, aber für den, nicht mit dem mit der Bombe, sondern den mit den Laser Kanonen und, also darauf hast du den Chef Launcher, der macht, glaube ich, reduziert Wunden um eins Range und dann hat er Cogniz Stubber und Phosphor Blaster und Twin Cogniz Last Cannon und dann hat er noch zwei Scorpius Dune Rider, glaube ich, genau. Ja, also Shootout des Grauens. Genau, der hat im ersten Spiel hat er gegen die Ironhands-Liste oder auch gegen diese Doppel-Levy-Liste, glaube ich, gespielt und gewonnen, ganz knapp und deswegen, glaube ich, sind die nach Punkten gegangen, weil er hat ganz knapp gegen die gewonnen und der hat halt extrem hoch gepunktet und ich habe halt im ersten Spiel nicht ganz so hoch gepunktet, zwar gewonnen und deswegen bin ich, glaube ich, auf den getroffen. Verstehst du, was ich meine? Deswegen, glaube ich, sind die nach Punkten gegangen und genau und da, ich habe das Spiel am Ende noch so ein bisschen gesehen und so, der Ironhands-Spieler hat einfach so ein paar Prioritäts, sag ich mal, oder Zielprioritäten falsch gesetzt und Dominik konnte halt indirekt seine, hat ganz schnell seine Intercessors rausgeschossen, das war halt super stark, weil die halt, ich glaube, zwei Flat Damage machen, das mögen die halt gar nicht und ja, dass er dann nur noch die Levis hatte und so und die hat er dann, das war ja auch eine andere Aufstellung mit der langen Kante und so, da konnte er viel besser mit den L's spielen und die auswinkeln, das hat er, glaube ich, dann ganz gut gemacht und bei den Levis hat der Typ, glaube ich, dann da ein bisschen besser gewürfelt, deswegen eigentlich hätte auch ein Levy da gehen sollen, aber Dominik hat ihn halt einfach ausgescored, das ist ganz klar da gewesen. Ja, da sieht man halt auch wieder, du brauchst die Standard-Einheiten oder irgendwelche Einheiten, die sicher dir die Marke halten, damit du die primäre Mission spielen kannst, sonst bist du halt hart in den Arsch gekniffen. Genau, ganz genau. Im zweiten Spiel hat er dann meines Wissens gegen Kostodes gespielt und zwar gegen Christian Guillaume, das ist ja auch einer, eigentlich ein Anwärter für das ETC-Team, das ist ja auch oftmals mit ein bisschen, wie soll ich sagen, Verbindungen und so behaftet, also deswegen ist er da nicht drin, das ist auf jeden Fall einer, der fährt auch auf LGT überall hin und so, der ist immer in den Top Ten, der hat, oder oft, der hat halt Kostodes gespielt, was hat er gespielt? Er hat Shadow Keepers gespielt mit Captain General Trajan, Valoris, Shield Captain, der Super Shield Captain mit Neuen Leben, Dreier Retter auf 5er Fino Pain, aber mit dem Raketenwerfer, dann hat er zwei Guard Trupps, also zwei Standards, nur mit Sperren und einmal die Sagitarum, dann hat er vier Aquilon gespielt, die Fahne der Lust natürlich, zweimal Kaladius und den Telemon mit Doppel-Arachnus-Storm-Kellen. Also meines Erachtens eine relativ klassische Liste, so wie man es, wie es aktuell viele probieren, ich bin da kein Fan von, aber das ist ein komplett persönlicher Gusto und nach wie vor eine starke Liste und ja, also das, was ich von Dominic weiß, das kann er vielleicht auch sonst nochmal so sagen, ist einfach, das ist halt auch für Adeptus Mechanicus halt schlimm, dass der, ach so, der hatte noch fünf Aquilon oder vier Aquilon, das habe ich vergessen, Terminatoren, wenn du halt Re-Rolls ausmachst, ist halt wirklich schwer für Mechanicus, ne? Ja, ist halt super taff, die Einheit dann auch noch mit Transhuman entsprechend da drauf und dann auch minus eins, minus zwei ignorieren, was ja AdMech auch ganz gut kann. Genau, und dadurch, dass das halt auch Dawn of War Deployment war, was ich so gesehen hatte, die haben in einem separaten Raum da gespielt, haben die schnell durch die Mitte gekommen, ich glaube, er hat irgendwann den Wallout ausgeschaltet, okay, aber dann war halt wirklich alles in der Mitte da und ja, dann macht der AdMech-Spieler leider einfach nicht genug Damage und er hat auch gar nicht, also wenn das alles vorne so bei ihm ist, so zum Beispiel die Thermis und so weiter und so fort, der Käpt'n, der hat gar keine Zeit, dann sich um die Kaladius oder die Telemons zu kümmern, die ja auch noch im Hintergrund sind und halten und schießen wie wild, ne? Ja, und vor allem sind es ja gerade die Einheiten, die dem AdMech auch wehtun, ne? Ich meine, die kleinen Castodes-Standard-Trupps, die kannst du ja ignorieren mit ihrem bisschen Bolter-Geschüssel, genau, aber du musst dich trotzdem drum kümmern, weil wenn die in den Nahkampf ankommen, dann ist halt Sense. Genau. Ja, da, genau, und das hat er als zweites Matchup und das hat er dann, glaube ich, verloren und dann waren wir beide halt so traurig, weil wir haben gehofft, wenigstens vielleicht einer von uns beiden geht dann direkt 2-0 und dann vielleicht spielt um den Sieg mit, aber da war für uns dann so ein bisschen die, also es war nicht nur, dass wir verloren haben, wir haben beide low gescored auch, das kam dann nochmal dazu. Ja. Ja, ja. Und dann hat er aber im dritten Spiel, achso, oder wolltest du noch was fragen? Nö, war einfach nur, wollte nur sagen, gutes Teilnehmerfeld, da kann man sich ja dann irgendwie, muss man sich nicht ärgern, dass man da auch mal ein Spiel verliert. Ja, ich sage euch sowieso, das war auch wieder, es war nicht gut von mir oder ich weiß auch nicht, man schreit ja immer auf den Leuten und so, ich kenne die da ja auch alle ganz gut und so und dann peitscht das sich so hoch, weißt du, was ich meine? Dann denkt man so, okay, und jetzt, ich zeige, weil ich rasier oder so. Naja, ja. Und dann geht man halt mit so einer Erwartung rein, obwohl es ja eigentlich, das hieß ja auch, das Turnier Training Cages, dass es einfach ein bisschen um Sparring geht auf ernsterem Niveau, und dass man halt so was daraus so lernt. Klar. Gerade für den Anfang der Edition muss ja jeder irgendwie darauf kalt kommen. Und vor allem in Holland sind es ja auch sehr viele ETC-Anwärter etc., die natürlich auch erstmal in die Edition reinkommen wollen, müssen und lernen müssen, was funktioniert und so. Genau, genau. Ja, im dritten Spiel hat Dominik dann gegen Knights gespielt. Der hatte Exalted Court hier, dreimal Crusader mit Iron Storm, Missile Port, Einheit in the Thermal, Kennen, nee, alle, ne? Alle in the Thermal Kennen, genau. Und die, und dann haben die, glaube ich, einfach nur eine Avenger Gatling Kennen, ne? Der Klassiker hier, Crust mit Headman's Mark und hast du nicht gesehen? Und dazu hatte er drei Sisters-Trupps, einen Rhino, und nee, Magify. Und die auf Valerous Heart, die sollen so ein bisschen haltbar sein und sich um die Marker kümmern. Ich glaube, Dominik hat nicht mehr angefangen, aber gegen so eine Liste ist das halt in Anführungsstrichen egal, weil er versteckt die Breacher, die kommen raus und dann nimmt er, also er nimmt halt safe jede Runde einen Neid runter. Da freuen sich die Breacher drüber, ne? Zur Not kann man die auch noch outflanken lassen, falls du die nicht versteckt bekommst und dann, ja, den Neid, den sie angucken, der geht. Und ja, und da haben wir auch drüber gesprochen und das ist ja auch nicht böse gemeint oder so, aber das ist halt, das Matchup ist halt so schlecht für die Neidspieler in diesem Fall, dass dann einfach auch klar ist, was so passiert, ne? Weil die, also da musst du schon, da müssen alle Würfel gehen, nicht fallen, dass es nicht klappt und so und so war da die Meister relativ schnell gelesen. War aber gut für ihn, weil so hatte er dann ein bisschen weniger Rückenschmerzen. Ja. Okay. So, was würdest du jetzt über den ersten Tag als Resümee ziehen für die neunte Edition oder für deine Spiele, für die, die Listen, die du sonst so gesehen hast, was, was sind für dich Essentials, die dabei sein müssen oder auf was kann man verzichten? Vielleicht, was meinst du dazu, wenn ich nochmal ein paar Intellilisten, die ich hier noch habe, aber solange ich sie noch habe, interessant finde, dass wir die nochmal kurz durchgehen. da auch zurückgehen. Weil ich denke mir, das ist auch für die Zuhörer interessant, einfach zu gucken, was, das war jetzt, wir zeigen das hier auch mal dann an und sowas keucht und fleucht da draußen rum. Weil ich sehe jetzt hier gerade noch die Liste vom Rüth, das ist ja der Käpt'n vom ETC-Team in Amsterdam. Der ist meiner Meinung nach mit einer relativ achten Editionsliste angetanzt und zwar mit den Harley-Queen. Da hat der Shadows hier, Troop-Master, der halt so extrem viel Schaden machen kann, noch ein Troop-Master, hat er insgesamt eins, zwei, drei, drei, vier Troops, wovon nur einer, nee, zwei können in Starwea was rein, weil der erste ist sechs, nee, wie viele? Doch, sechs Player und der andere fünf Player und die anderen und zwei mit zehn Playern und nur einer ist mit Fusion Pistols, nee, die beiden kleinen mit Fusion Pistols und genau, dann hat er halt Skyweaver dabei gehabt, zweimal mit Haywire und so weiter und so fort und drei Starweaver um zu transportieren und ein solitärer Death Jester. Was für eine Mask hat er dann gespielt? Die Drive-By oder was? Der hat die Midnight Sorrow, The Art of Death. Mhm, okay. Weißt du, wie er abgestimmt hat? Ja, ich weiß nicht so genau, ich weiß nur, er hat im ersten Spiel gegen Nights gespielt und er hat nicht angefangen und das war quasi schlimm für ihn, weil die dann zu viel geöffnet haben und dann kamen die Fusion Pistols glaube ich nicht mehr ran und er meinte dann insgesamt diese zehn, elf Fusion Pistols, die er hat, sind zu wenig dann in diesem Fall. Ja, das ist vielleicht auch nochmal interessant für die Zuhörer, Fusion Pistols sind ja jetzt nochmal deutlich besser geworden, weil die Open-Top-Regel geändert wurde, das heißt, wenn du mit dem Fahrzeug im Nahkampf bist, können jetzt die Pistols quasi auch in den Nahkampf reinschießen. Genau. Das meinte er, also das habe ich mit ihm besprochen und er meinte halt auch, klar, dann hat er halt die, er kann mit Haywire da Schaden machen, aber dann kann der Knight ja Fünfer oder Fierer-Fierer-Noten machen. Ja, Fünfer, ja. Und da ist er dann so ein bisschen dran hängen geblieben und ja, das war dann, das war dann, ja, hätte vielleicht ein bisschen anders aussehen können, wenn er anfängt oder auch nicht, aber ja, Dominik schreibt mir gerade parallel, er schreibt schon wieder an Listen rum, das Wochenende hat sich gelohnt. Sehr gut. Genau, aber die Liste fand ich nochmal interessant. Ich kann sagen, dass er mir auch gesagt hat, das nächste, was er ausprobieren wird und testen wird, ist komplett Fusion Pistols. Fünf Trupps oder so mit Fusion Pistols. Ja, das ist so die Richtung, die er gehen wird. Krass. Dann vielleicht nochmal interessant zu sehen, die Turniersiegerliste und zwar ist das der gute Ruben, das ist ja einer auch, auf der eigentlich ETC spielen könnte und so, aber der hat irgendwie nicht so Bock drauf, der ist in allen Gruppen da immer drin und hier und da, aber der hat immer sich keinen Bock, da alles zu geben und der spielt immer am liebsten Orcs und der hat Orcs, Specialist Mobs Pyromaniacs, habe ich dem Mayonnaise auch schon weitergegeben, der konnte auch eine Nacht nicht schlafen, weil der konnte das nicht glauben. Der hat einen Warboss gespielt und zwar mit Kombi Rocket, Powerclaw, Warlord, Brutal, Bud Cunning, der Biggest Boss, der Killer Claw, aber zu Fuß, dann hat er zehn Grotz, fünf Kommandos, zwei Burner Bomber und dann kommt ein Outrider, da hat er die Death Skull genommen, der Klassiker, ein Big Mac mit Custom Force Field, der zu Fuß geht, nochmal zwei Kommandos, dann den Mega Truck Scrapjet, das ist glaube ich dieses Flugzeugdinge, das Auto, das mit den Raketen und ein Shockjump Dragster, dann zwei Waspum Blaster Jets und einen Chynok Warcopter. Also hört sich erstmal obstrus an, ist aber eine richtig krasse Liste. Ja gut, der Warcopter kann halt den Warboss mit nach vorne bringen, ne? Mhm. Und die Bomber, da gibt es ja jetzt diesen blöden Trick, dass die Regeln da irgendwie wahrscheinlich nicht so gewollt sind, aber dass du über eine Einheit drüber fliegen kannst und direkt von Bord fliegst und die Bombe aber trotzdem noch abwirfst. Mhm. Und die haben ja zwei Bomben. Genau, und dann hast du noch den, äh, den Jump Dragster, der raus teleporten kann, weil er so einen Custom Job gekriegt hat und dann für ein CP direkt zurück. Aber das wurde auch geändert, das geht nicht mehr. Echt? Mhm. Ja, also die Liste und die Kommandos, die sehen erst komisch aus, die sind halt aber überkrass, weil die halt extrem helfen bei den Secondaries. Weil du hast ja viele Missionen, wo du irgendwie Deploy Scramlers hast in der GTA-Aufstellungszone und da musst du zum Beispiel bei dir in der Mitte No Man's Land und beim Gegner und boom, bist du voll. Oder zwölf Punkte oder so. Race the Banner, weißt du, die kommen runtergeschockt und dann können die ja halt direkt das Banner racen. Ja. Also dafür sind die halt einfach extrem gut und ja, die Waspum Blaster Jet sind sowieso krass mit einem Fünferretter und halt durch dieses ganze Death Sky Rerolle kommt da einfach genug bei rum. Ja. Bei dem weiß ich auf jeden Fall, der hat in der Mitte im ersten Spiel, nee im zweiten Spiel, dann hat er gegen die Knights gespielt und da hat er nicht angefangen. Genau, das erste Spiel hat er angefangen, hat er mir gesagt, das zweite Spiel nicht und das dritte Spiel hat er angefangen. Und gegen die Knights ist er da nicht angefangen, aber der Knights-Spieler hat sich nur auf die Burner Bomber konzentriert, die waren gegen den aber gar nicht wichtig. Ja, und dann sind die Waspum Blaster Jets rumgeflogen und haben erstmal losgelegt. Genau. Und ja, und dann gehen halt auch da relativ schnell die Knights, dann kann er den Boss anbringen, der nimmt auch Knight im Nahkampf auseinander und dann ist halt die Messe schnell gelesen. Ja, einfach dadurch, dass diese ganzen Autos halt keine Abzüge mehr für Heavy Weapons bekommen. Genau. Er mag das mir auch. Oh man, diese Trucks haben a lot of Rockets und das ist halt auch so. Du hast halt genügend Schüsse mit Mordaka, deine Stärke 8, wenn du dann halt auch verwundest, du hast ja immer einen Wurf wiederholen, ist ja schon fast so Salamander-like und dann auch den Schaden wiederholen, das heißt, du hast immer mindestens so im Schnitt 4 Schaden, das ist schon saftig, ne? Ja, das, ich hab das ja, also eine ähnliche Liste mit halt keinem Copter und sehr viel, sehr vielen Smasher-Guns, damit hat mich halt der Major beglückt. Also das halt auch diese Smasher-Guns zwölf Stück, die du irgendwie so deployen kannst, du kannst die teilweise outflanken lassen und dann siehst du halt einfach alle Marker. Ja, ja. Du machst dagegen nichts und wenn das Smasher-Gun auf irgendwas anlegt, was auf dem Marker steht, dann ist das halt weg. Ja, auf jeden Fall. Ja. Wenn ich hier weiter scrolle, Platz 3, das ist auch ein Marine-Spieler und der hat einfach, der kommt aus Frankreich, aus Paris sogar und der hat Ravengard gespielt als Successor und zwar Long-Range, Master Artisan, die klassische Kombi, hat glaube ich den Colexus eingepackt, Fobos Armor, hier Captain im Fobos Armor, dann hat der, ja, Corvidari-Ball ist gut, er kann ja Auto ohne Sicht schießen, Chaplain mit Master Authentity, und natürlich mit dem Redeploy, oder? Ja, genau, mit dem Redeploy. Besser treffen sogar, dann hat der Lieutenant dabei, ich weiß gar nicht, was das hier ist, Token of Brotherhood, das ist ein Relic, ah, Ex-Tenebris, okay, ist gut gegen Charaktere, dann drei Infiltratoren, nee, zweimal, dann Scouts, dann Aggressor-Squad, natürlich, aber viel, wenn ich das richtig blicke, dann hat er eine Centurin-Assault-Squad mit Flamer-Boltern und dann Centurin-Devastator-Squad, auch giftig, Eradicator-Squad, Thunderfire-Cannon, Stormhawk. Also klingt erstmal so ein bisschen wild, aber ist halt, bei ihm, mit ihm habe ich nicht gesprochen, muss ich zugeben, aber halt Raven, Entschuldigung, Raven hat immer noch extrem stark mit dem ganzen Redeploy und er kann halt alle Trupps einfach schocken lassen. Ja. Wenn er halt, gut, er muss es vorher entscheiden. Ja. Also, wie ist das eigentlich? Man sagt ja dann ab einem gewissen Zeitpunkt, bevor man Secondaries wählt, so sagt man ja, okay, ich sage jetzt, was in welchem Transport ist und da muss ich auch sagen, für den Fall, dass ich meine Centurins schocken möchte, ne? Genau. Bevor eigentlich eine Einheit aufgestellt wird. Mhm. Bin mir gerade, ich lasse mich mal kurz nachschauen, ich gucke, ob das vor oder nach dem Secondary wählen ist, weil ich meine, das sehe ich danach. Ich glaube, das ist davor, weil sonst könntest du danach Secondaries picken, das wäre ja komisch. In jedem Fall, wenn er es so gemacht hat, finde ich halt, mit der Liste ist das relativ safe, du guckst ja, vorher siehst du ja, gegen was du spielst und dann weißt du schon, ob du, also zum Beispiel gegen Orch oder Tyranin wäre es nicht so geil, da wirst du lieber auf dem Feld sein, weil er dann halt mit der Jump oder mit den ganzen Bewegungen dich quasi so überall auszonen könnte für Schocken. Aber wenn der Gegner halt eine normale Armee hat, von der Größe her und so, kannst du eigentlich immer sagen, du, ich schock alle Zenturions und sogar die Aggressors oder so. Oder ich schock nur die Zenturions und die Aggressors, lasse ich es darauf ankommen, entweder ich werde Erster und beame mich nach vorne oder ich gehe mit denen langsam nach vorne. Also du wählst als erstes die Secondaries aus. Ach, und dann sage ich, wie Deployed wird und sowas alles? Also Secondaries auswählen, dann Attacker und Defender auswählen, dann wird die Deployment Zone ausgesucht und dann deklärst du, was in Reserve geht und was in Transporter geht. Ah, das ist okay. Dann ist es ja noch krass. Dann weißt du ja auch die Seite schon und alles und so. Also dann, deswegen ist Ravengard halt auch immer noch sehr stark, weil du dann halt dich auch absichern kannst. Du schützt die Einheiten, sagst, okay, ich rechne fest damit, dass ich Zweiter bin. Wenn ich Erster bin, ist das auch gut dann, weil dann kommen meine Reserven halt quasi früher und ich kann dann Druck ausüben. Deshalb ist halt auch zum Beispiel diese Mission mit Warlord Kill halt ziemlich bescheuert. Also sagt er in meinem Fall, in meiner Liste ist jetzt halt ein Tank Commander, ein Warlord. Dann sagt er mir, okay, ich mache jetzt den Warlord Kill an und dann sage ich, okay, dann packe ich den jetzt für ein paar CP in Reserve und du kannst ihn maximal in Runde drei töten. Ja. Und du halt extrem wenig Punkte dafür bekommst. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Okay. Also Resümee ist, Space Marines immer noch secretly OP, oder? Ja, weiß nicht. Also da haben ja auch zwei Tauschspieler mitgespielt. Der eine hat einen Doppel-Ivar gemacht, die sehe ich jetzt nicht so. Der andere hat wirklich, das ist ja Gérard Malipard, das ist ja ETC-Spieler von Belgien. Oder nee, Holland auch, glaube ich. Da bin ich mir nicht täuscht. Eins von beiden. Auf jeden Fall, der hat es nochmal probiert hier mit ein paar Drohnen, so verschiedene Drohnen, auch diese, ich weiß gar nicht, diese Forge-Bread-Drohnen. Was können diese Technical Drones mit DX4, mit Defensive Charge, weißt du das? Oh, ich glaube, die können eigentlich reparieren. Ah, okay, okay. Irgendwie sowas können die. Ja, der hat halt so eine klassische Tauliste mit einem Riptide und halt ganz vielen Breitseiten gespielt und ist damit ja auch ins Finale gekommen. Und im Finale war halt wirklich auch wieder so dann beide gesagt, also der Org-Spieler und der Tausch-Spieler, wer jetzt anfängt, wird dann gewinnen. Weil der Org-Spieler, hat angefangen, fliegt nach vorne, macht Mortal Wounds, tötet fast alle Drohnen und so, und dann kann er halt beherzt auf den Breitseiten rumschießen oder was auch immer. Ja. Im Gegenzug fängt der Tausch-Spieler an, kann er schon direkt die Bomber rausnehmen und hat dann keine Bedrohung mehr so für sich. Ja. Das finde ich auf jeden Fall interessant zu sehen, weil Tausch-Spieler haben ja momentan richtig große Struggle zu gucken, irgendwie, wie sie spielen können. Mhm. Äh, ich hab auch die Tage Art of War geguckt, deren Livestream und da hat Richard Ziegler dann auch drüber gesprochen, was er jetzt für Konzepte hat. Er hat ja irgendwie Taunar gespielt mit Breachern und so und er ist jetzt anscheinend auf der Seite hängen geblieben, dass er halt viele von den, ähm, wie heißen die, diese Scout-Flieger, die zwei Gun-Drones dabei haben, Piranhas. Mhm. Dass er halt viele Piranhas spammt und auch die entsprechende Forge-World-Dinger, die, äh, diese High-Yield-Marker-Lights haben und damit halt super mobil ist und dann quasi auch dieses Chimian-Konzept wieder fährt, ne? Also, wenn du den halt umschießt, dann stehen halt zwei Gun-Drones und spielst du dich auf dem Marker drauf. Ja, auf jeden Fall. Genau. Gut, dann war das, würde ich sagen, Tag 1. Mhm. Ähm, gut zu hören, was da so geht und dass da das Meter auch in Holland und Frankreich, Belgien auch nicht so weit von dem weg ist, was wir hier so uns überlegt haben. Nee, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Das war schon, das war auf jeden Fall, ja, das war so Tag 1. Ja, Dominik ist viel entspannter als ich und hier und da, Bei mir kommt doch manchmal schon der Ehrgeiz hoch, weil ich mir halt selber diese blöden Erwartungen da geschüttet habe. Dachte ich mir dann aber genau aus dem Grund am zweiten Tag, weißt du was, da habe ich ja einfach nur mal, wollte ich nur ein Konzept ausprobieren und habe dann halt befreit, einfach nur für Spaß so aufgespielt, ne? Mhm. Und, ähm, ja, willst du den zweiten Tag gehen oder was meinst du, macht jetzt am meisten Sinn? Ich würde sagen, wir sind bei über einer Stunde, dass wir hier so einen Cut machen und dann machen wir einfach einen zweiten für den zweiten Tag, oder? Ja, okay. Dann machen wir einen Cut. Dann würde ich sagen. Aber das Tag 1, genau, vielleicht mein Fazit zu Tag 1 ist, Marines sind natürlich auf jeden Fall noch stark, aber man kann gar kein Fazit eigentlich ziehen, denn wir sind jetzt gerade am Anfang wie bei der achten, so in dieser, ich nenne das immer so diese Wild West Phase, wo halt viele Dinge noch nicht so klar sind, ne, wo es hier ein paar Regeln gibt, da ein paar Regeln gibt, aber jeder halt einfach jetzt seiner Kreation, seiner Kreativität freien Lauf lässt und jetzt wir jetzt die wildesten Sachen sehen werden und sich es danach dann langsam wieder einnordet. Das wird locker noch bis Ende Oktober oder so gehen. Ja, wenn du jetzt vom Wild West sprichst, was ist jetzt deiner Meinung nach The Good, The Bad and The Ugly? Hm, das kommt immer so darauf an, ja, von der, von der Spielweise her, was ist Ugly in Tauna's Ugly, ja, ist das so effektiv, das kommt darauf an, wogegen das halt spielt, ne, ähm, was hast du gesagt, The Good, The Bad and The Ugly? Alter, das ist ein Klassiker, ein Film, den musst du wohl kennen. Achso, ja, ich weiß nicht, nee, die kann ich nicht traurigerweise. Ja. Deswegen, ähm, ist, also ich, ich könnte das jetzt noch gar nicht so sagen, ich würde auf jeden Fall sagen, ähm, Marines sind auf jeden Fall immer noch stabil, die sind auf jeden Fall noch solide, ähm, Admec, da fällt auch ein Admec rein, Custodes ist gerade so ein bisschen so der kleine Hype, wobei ich da jetzt an dieser Stelle schon sagen kann, oder möchte. Spoiler! Äh, es ist nicht so leicht, Custodes zu spielen. Ja. Ne, also das ist jetzt, äh, man kann jetzt viele Listen nehmen, was auch immer, die sind halt stark vom Setup, die haben gute Sider-Gems, die haben gute Einheiten, aber muss ich auch ganz genau überlegen, wann kann ich wo, wie rein und so, das, aber da kommen wir noch zu. Mhm. die sind ja jetzt bei denen am Tag 1 Zweiter geworden. Ja, und Necron hat einer teilgenommen, aber der ist halt so, ähm, ja, der, das war, glaube ich, nicht das, das Krasseste, was geht. Descart haben wir ja da schon gesehen, eine Liste super, super stark, also wirklich super stark. Ja, das ist so das, was ich jetzt da gesehen habe und was man sagen kann, okay, in die Richtung kann es gehen. Alles klar. Was, äh, kannst du vielleicht auch einmal als letzten zusammenfassenden Satz sagen, äh, was so die Eindrücke der anderen Spieler ist, mit denen du gesprochen hast, was, jetzt auf jeden Fall Fokus sein sollte, worauf die Listen aufgebaut sein müssen? Also das, was ich selber, was mir, wo, wo ich mich selber zwinge und was, worüber ich auch mit den anderen gesprochen habe, ist echt, wenn ihr könnt, versucht, fast eigentlich so eure Gedanken und euer Wissen über die 8. Edition zu löschen, wenn es irgendwie geht. Mhm. Geht ins Battle Scribe und löscht alle eure Listen. Und dann schaut mal rein in die Mission, also macht man vielleicht ein, zwei, drei Testspiele, meinetwegen noch mit den Listen, die ihr habt und so, aber dann guckt mal, wie ihr gescored habt, wie ihr gespielt habt und hier und alles da, überlegt man darüber und dann löscht alles und dann baut nochmal neu. Ja. Das wäre so mein Fazit, weil die Edition, so wie sie sich, ich habe jetzt ja drei, sechs Spiele da jetzt in zwei Tagen gemacht, die haben mich auf jeden Fall jetzt, also vorher war ich so ein bisschen noch so im Luftraum, wir haben ja hier auch viel gespart und so, aber das hat mich jetzt so richtig in die Edition reingedrückt und deshalb bin ich auch heiß und jetzt habe ich auch richtig Bock und jetzt verstehe ich auch so langsam, wie der Hase so läuft, sage ich mal. Ja. Ja, da kommen so crazy Sachen wie diese tausend Nörglinge-Liste wieder bei rum. Das kennen wir alles schon aus der 8. Also, früher waren es Brimstones, jetzt sind es Nörglinge. Ja, klar und wer weiß, was ja da noch alles auch für Anpassungen kommen und so, aber klar, jetzt, wenn du tausend Nörglinge hast, dann hau raus, ne, und wenn dir das auch Spaß macht, das ist ja noch das Nächste. Wir spielen hier kompetitiv, hier geht es nicht um Spaß. Okay, an der Stelle würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Schaltet auch beim zweiten Teil ein, aber das wird nämlich auch wieder interessant. Genau, wir sagen auf jeden Fall auch noch mal, machen wir noch mal einen kleinen Disclaimer hier, wenn euch gefällt, was wir machen generell, wir haben auch immer, holen wir uns noch in Zukunft noch mehr Gäste da rein, wie auch Freunde hier, wie den Chessy oder so. Supportet uns gerne als Patron auf www.patreon.com slash kingsofthehill. Für einen kleinen Obolus seid ihr mit im inneren Zirkel, wir geben euch das weiter, was wir wissen oder supporten euch, wo wir können. Das gleiche könnt ihr aber auch auf YouTube machen, da könnt ihr Mitglied oder join beim Kanal werden, ist das gleiche und ja, wir freuen uns, wenn euch unser Content weiterhilft und ja, ihre Mehrwertgeschichte aus dem Sachen sind. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir ruten wie ein Loombo und landen auf den nächsten Plätzen wie ne Konkur und gibt es ein Problem, nur weil ihr keinen Bock habt, die zögern wir nicht lange und wir von dies noch Zorger. Okay, jetzt können wir ja nicht anfangen zu spielen, ich komme kurz hier, ja. Bis zum nächsten Mal.